ja herzlich willkommen auf meinem versüften kanal 1,20 plus 10 jackpot und torsheimer da eine andere kennt die hässliche visage da oben für mich immer noch eines der besten spiele 1,20 leute mal schauen was passiert natürlich drei was los jetzt hier im quotentief oder was ist hier los das ist ja ein arschtritt von 80 cent leute also mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen aber da ist schon wirklich ein tritt in die genitalien wenn ich das mal so sagen darf ja auch schon mal scheißläufe hat aber so ein ding haben wir noch nicht gehabt spieler neu war übrigens immer über die 20 linien jackpot der ist auch schon oben am festkleben drin 270 euro gold müsste eigentlich runter kommt klebt darum vor sich hin gammelt da vor sich hin eins schon mal scheiße 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 ja dreck so aus schmutziger fünfer ja wie gesagt also ich bleibe auch ganz gerne bei dem spiel hier weil er danach zur alternative diese free spins hat und gibt viele kleine gewinne macht da nicht so mausetot wie in anderen spiel von daher gesehen hat man da schon eine größere chance da ein bisschen mehr zu gewinnen aber ihr habt ja gerade auch selbst gesehen 1,20 euro und ich filme euch da nicht nur die highlights ihr könnt auch mal den müll sehen damit ihr wie soll man sagen die realität dann seht dass nicht jeder laptop ist weil ich kann ja auch die schönen sachen filmen und den rotz raus lassen ich kann nicht ein wenn dann könnt ihr euch kompletten den müll auch mal anschauen der sonst eine kiste läuft diese vermüllten zonen die sind leider wiegend leider gottes überwiegend in so einem spielverlauf von daher gesehen man sieht es auch jetzt dass manche läufe jetzt über 15 runden gar keine gewinne richtig da wird man wahrscheinlich gleich wieder zurückrudern können ein bisschen turbo anlegen gleich da kann man ein bisschen risiko ausprobieren ja leute ich schon bitterle aber jetzt das ist schon ein ganz schlechter singen scheiß symbol und dann nur so ein mieser lauf was ein mieser wurf an uns hat da oben die eine reihe vorgemacht da kannst du auch ein ei drauf braten die einen nennen es big win die einen die schönste präline dieser welt oder wie bleibt noch heftig ey zwischenstand vom jackpot aber gehe nicht rein ja wie gesagt der vorteil ist die free spins die lassen sich mal zwischendurch blicken aber da gibt es auch zonen die hatte ich jetzt kommen haben wir den nothammer jawohl schmalz schmalz jetzt sei mir heute ganz na komm starte du alte mist krücke du verlauste krücke niete zweite niete dritte niete verlängerung gehe mir heute scheiß krücke oh ist heftig 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 der zweite lauf aber ich hatte damals auch gar nicht auf 1 euro 20 so die guten würfe gehabt ich hatte damals ich meine 90 cent war ganz gut auf 20 linien die 1 euro 20 habe ich noch gar nicht ausprobiert aber so wie man wie man sieht ist echt mies deswegen werde ich auch wahrscheinlich gleich mal eben zurückrudern gehen wir tatsächlich auf die die 90 cent hatte ich damals die besten erfolge gehabt wir werden es jetzt gleich sehen ob sich da noch was tut ist ein bisschen ausgelutscht der automat gerade vor der pause richtig geballert das ding und naja vom netonis ja man hat auch keine vernünftige sum zum drücken ihr risiko ist alles verkrüppelt 30 sender soll das ja gar nicht drücken ist schon dreck es wird richtig eklig jackpot so aus geht auch nicht rein man ist aus dem dreck lauf na komm jetzt mach den kühlschrank auf ist der frostbauer nach dem arsch hier kann schon nichts werden oder immer seine volle reihe er zieht noch mal gut nach aber das ist schon eine totgeburt ja witz ja und risiko noch tot gefährliches ding auch mit dem jackpot ich meine ich spiele es nur plus 10 aber der lobvogel wird immer ausgeschmissen dass man dann drin bleibt geht dann tausendmal rein und beziehungsweise zeigt dann geht aber noch nicht rein die nummer kenne ich auch schon schon halt abgeräbelt normalerweise würde ich jetzt ohne jackpot spielen aber der ist jetzt so hoch der goldner dass er eigentlich kommen müsste denke ich mal ja so wie es aussieht ist das hier eine totgeburt und muss man ganz schnell wechseln sonst wird es noch übler ja o drin sagt ja der stand ja Schmeiß den Grill mal an. Gut. Scheiße. Das kann schon nichts werden. Nee. Aber ist das der Bronzi vielleicht? Selbst das ist auch noch nicht mal ein Fünfer. Auch ganz schmutzig. Boah. Mies. Mieser Abkampf. Hab ich mir schon gedacht. Ja Leute, sorry, aber den Krampf muss ich jetzt erstmal wählen, weil da gehen wir dann mal auf. Wo war er noch? Vielleicht hier auf Magic Store nochmal machbar. Magic Store. Weil er jetzt so schlecht lief, versuchen wir da nochmal ein bisschen zu orgeln. Da brauch ich auch nur den Stein mit anderen Namen, dann muss ich auch kombinieren. Ja. 80 Cent und keine Regung, ne? Kannst du anheben, das geht die Munition gleich hier noch. Aus. Gibt es dermaßen starke Nachschubsprobleme hier. Ja Leute, außer Spesen ist es nichts gewesen. Sieht nicht gut aus. Das Ding. Schade eigentlich. Die haben ein bisschen mehr von versprochen. Ja. Keine Regung. Ja. Schade eigentlich. Macht den Park jetzt mal zu und nächster Park folgt natürlich und lasst sie mal gerne einen schönen Abo da. Like drunter. Und schreibt auch euren Selbst drunter. Wir sehen uns in alter Frische und immer schön aus der Heimbleiben, Leute. Besser die Knete sparen. Bringt mehr. Zuschauen kostet nichts. Und oh, letzte Chance. Ah, okay. Ja. Halleluja. Bin wieder zurück. 20 CGs, Leute. Ja, die Aktiengesellschaften lassen grüßen, wie man so schön sagt. CGs der gleiche wie AGs. Und ja, wir schauen mal's gern. Wir sehen uns in einem anderen Part. Und ja, aber ich hatte gerade jetzt auch über 300 drauf gehabt. Aber man sieht. Fast wie ein Herzschlag. So. Die werde ich mir für später aufbewahren. Bleibt dran, Leute. Schön abonnieren. Wir sehen uns in alter Frische oder Popcorn. Immer schön sauber und nun bleiben. Tschüss.